ja guten tag leute ich kann die leute einfach die iphone techniker empfehlen er hat mir heute mein iphone repariert ich war auf dem weg nach arbeit und dann ist es am boden gefallen hier und mein fahrrad ist am boden gefallen und es ist beschädigt worden auf dem internet die iphone techniker gegoogelt dann bin ich hier gefahren und er hat mir repariert er hat auch so gute job gemacht auch so mit einer angenehmen preis sozusagen zum schluss möchte einfach die iphone techniker weiter empfehlen es ist wie als ein lager neuen iphone dankeschön so so Vielen Dank.